Noch kein neuer Sendetermin fest. Wenn Sie sie noch haben wollen, dann bitte jetzt mit dabei sein. Und hier sehen wir jetzt dieses Jeans schwarz getragen. Genau, absolut. Es ist ein physikalisches Prinzip, was dahinter steckt, beziehungsweise ein Patent. Ich würde Ihnen das gerne mal erklären, weil wir haben hier eine Handtafel für Sie vorbereitet, damit Sie überhaupt mal wissen, was Sie tragen, umso besser. Weil umso mehr tun Sie auch gegen Ihre Zellulite. Sie können das nicht überdosieren. Das ist keine Chemie, die dahinter steckt, sondern es ist ein physikalisches Prinzip. Was bedeutet, Sie können die tags tragen, nachts tragen. Und dann tragen wir etwas. Und tragen ist ja bei der Leggings extrem wichtig. Weil erst dann kommt natürlich dieses innovative Garn zur Geltung. Heidi, kann sich dieses Garn... Und ich finde es ganz, ganz toll. Ich möchte Ihnen auch dazu sagen, ich bin jemand, der sehr, sehr skeptisch ist. Ich glaube nicht alles und frage lieber 5-mal nach. Und ich dann auch meinen Namen dafür gebe. Also ich weiß, es ist angenehm und man tut sich was Gutes. Antizellulite-Effekt in einer Leggings, in einer Jeans. Nach der Größe fragen, da ist einiges schon weg. Ansonsten gibt es das Jeans schwarz, was Sie bei der Isabel getragen sehen. Oder, jetzt komme ich gerade noch mal mit dazu, mit dem Jeans grau. Das ist mit Weiß so schön. Ich mag das so gerne mit Weiß. Stell Sie sich da ein weises Oberteil vor. Eine tolle Kombination und ich darf super, super moderater Preis, weil der Leidensdruck ist immens. Obwohl man ja sagt, die Männer stören sich nicht dran, was ich auch glaube, wenn sie eine Frau lieben. Aber wir Frauen wollen uns ja auch angucken und schön fühlen. In der Trend- und Style-Woche erleben, vor allem der Kennenlernpreis, den lohnt es sich natürlich auszuprobieren. Sie sparen sich 30 Euro. Und wie die Frau Schumann die...